Okay, bevor wir nach Altair gehen, müssen wir noch kurz hier was machen. Oh, der Zerstörer war hier in der Nähe. Wir müssen jetzt hintreten. Wenn ihr aufs Luftstift wollt, bezahlt mein Gefallen... ähm, mein Gehilfengeld. Äh... Prüfen, Zerstörer. Sprengt das Antrieb von dem Ding und es gibt ein wunderschönes Feuerwerk am Himmel. Äh... Wir müssen ansprechen, die ganze Zeit, bis er... Prüfen Luftschiff. Das Sonnenfeuer ist die Antriebskraft aller Luftschiffe. Der Zerstörer ist keine Ausnahme. Lernen. Wir müssen das Lernen, dieses Wort. Okay. Dieses Wort müssen wir lernen. Das war das Einzige, warum ich hierher gekommen bin. Ja. Also, das Zerstörer war in Poft, Palum und Altair. Und hat die ganze Städte da richtig zerstört. Und die ganzen Menschen getötet. Schade. Rest in Peace. Aber naja, was soll man machen? Es ist Final Fantasy. Es sterben halt Leute. So ist das Leben. Oh. Okay. Okay. Alles ist zerstört. Habe ich jetzt mal gezeigt. Oh. Jetzt müssen einfach hier hin. Und dann kommen wir noch... Kommen wir gleich weiter. Bitte keine Zufallskämpfe. Danke. Okay. Okay. Dann jetzt ein Altair. Okay. Alles zerstört. Tschü, tschü. Wo ist Gordon, der hier gegammelt hat? Es sind so viele Menschen gestorben. Es waren auch nicht so viele Menschen, aber trotzdem sind so viele gestorben. Es war ein einziges Entfernen, der zum Glück das Hauptquartier verschont. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Sid aus Poff weiß, wo der Zerstörer verwundert ist. Schließlich war ja der Erste, der so ein Luftstück gebaut hat. Und der Zerstörer ist im Prinzip auch nur ein großes Luftstück, nicht wahr? Richtig. Viele Städte und Dörfer beklagen Tote, verletzt der Zustand meines Vaters hat. Sich nach dem Angriff... Achso, dass sein Vater... Achso. Angriff sich nicht verschlechtert. Er weiß von den Leiden seines Volkes. Und er weiß von seinem baldigen Tod. Wie kann man eigentlich sterben, wenn man in den Arsch geschossen wurde? Das verstehe ich jetzt nicht. Minyu, kannst du nicht irgendwas tun? Niemals. Alles Leben ist unvergänglich. Nein, die Stimme passt nicht. Irgendwann wird uns dasselbe Schicksal ereign. Doch die erste Pflicht eines Weismarkes ist es, hilfsbedürftigen Menschen zu helfen. Unsere Wege werden sich hier trennen. Ich werde hier bleiben und die Wunden der Verletzten heilen. Das Schicksal dieser Welt liegt in euren Händen. Geht nun in und zerstört das große Kriegsschiff des Imperators. Geht klar, Chef. Geht klar. Minyu verlässt die Gefährten. Dank der heilen Kräfte von Minyu sind die Schmerzen meines Volkes schon gelindert worden. So schnell, oder was? Das Sonnenfeuer ist das heilige Symbol des Königreichs in Kaschion. Auch heute noch soll es in der Eingangshalle des Schlosses brennen. Prinz Scott und Prinz Gordon erzählten davon. Ich erinnere mich nur vage an ihre Erzählungen. Doch bedarf es einer besonderen Fackel, um das Sonnenfeuer zu transportieren. Sitz Erklärung, in der Folge brauchen wir das Sonnenfeuer, um den Zerstörer zu vernichten. Dann lasst uns keine Zeit verlieren. Bitte allzu schnell wie möglich nach Kaschion. Mit dem Luftschiff des Refunzen ist es ein leichtes, in das östliche Königreich zu gelangen. Doch wartet, wie sollt ihr das Feuer transportieren? Okay, dafür müssen wir jetzt zum König, der in den Arsch geschossen wurde, und mit ihm darüber reden. Minyu! Die Krankheit des Königs ist seelischer Natur. Es gibt nicht viel, das ich zu verrichten mag. Angriff des Zerstörers erforderte viele Opfer. Vielleicht ist es besser, wenn wir uns in unsere Niederlage eingestehen. Vielleicht sollten wir einfach kapitulieren. Prüfen! Für den Fall einer Niederlage gegen den Breienkräfte hat Prinz Scott die Tore zum Schloss Kaschion versiegelt. Um das Sonnenfeuer zu schützen, um das Siegel zu aufzuheben, wird Freias Glocke benötigt. Lernen! Prüfen! Jemand aus der königlichen Familie von Kaschion kennt den Aufbewahrungsort der Glocke. Okay. Jetzt müssen wir damit zu Freya, äh, zu Hilda von komischer Freya. Ja, ich weiß, dass er... Ja, ich erinnere mich, Prinz Scott und Prinz Gordon wählten die Glocke. Nur Mitglieder der königlichen Familie können mit ihrer Stimme die Toren und Türen des Schlosses öffnen. Doch die Glocke soll dieselbe Wirkung haben. Meines Wissens ist sie tief in den Schneehöhlen versteckt. Es wird nicht einfach sein, sie zu finden. Beabsichtigt ihr dennoch, sie zu suchen? Wenn Prinz Gordon nicht verschollen wäre, dann müsstet ihr euch nicht in solche große Gefahr übergeben. Josef kennt das Schneeland wie seine Westentasche. Ihr solltet ihn aufsuchen, bevor ihr eure Reise in die Kälte des Schneelandes antretet. Okay, damit kann Josef in unsere Bande holen. Juhu! Dann kriegen wir noch einen Nahkämpfer. Also, wir sehen uns in Salamand wieder. Zum Glück habe ich die Fast-Vorward-Taste. Jetzt mal zu Josef. Josef. Und reden wir mit ihm. Ah, das ist die Tochter. Danke für die Rettung meiner Tochter. Wenn es sie nicht gegeben hätte, hätte ich diesen Bogen schon längst deinen Hals umgedreht. Ich stehe in eurer Schuld. Sagt mir, wie ich meine Schulden begleichen kann. Prüfen. Freies Glocke. Ohne meinen Segelschnitten werdet ihr auf dem halben Weg zur Höhle erfohlen sein. Meinen Segelschnitten habe ich in den Erzminen von Siemit versteckt. Der blaue Stein wird euch als Orientierungszeichen dienen. Rechts von dem Stein gibt es eine geheime Felswand, durch die ihr in einen geheimen Raum gelangt. Da ich euch damals meine Hilfe nicht anbieten konnte, werde ich euch helfen und euch begleiten. Yay. Josef ist jetzt hinzugestoßen. Boah, glaube ich muss wieder was trinken. Meine Lesekunst wieder ist am Kacken. Mann. Ah, Mann. Oh, Mann. Ach, ist gut getan. Ach, hier ist Nahkämpfer vergessen. Mitrilhelm. Silberharnisch und... Hm, scheiße. Okay. Den werde ich nicht so leveln. Es reicht schon, wenn ich Minio gelevelt habe. Die anderen werde ich sowieso automatisch leveln. Und der wird sowieso bald sterben. Ja, er wird sterben. So ist es halt. Ach. Wir nutzen Siemit wieder. Josef ist echt ein schwerer Charakter. Ich musste Ihnen neue Magie beibringen. Die werde ich später im Renaissance-Modus dann alle aufleveln. Kein Problem dann. Und ja. Wir sind jetzt beim blauen Stein. Wir können nach rechts. Was machst du da? Okay. Als Josef den Stein drehte, erscheint ein schmaler Durchgang. Mein Sägeschnitten ist hier drin. Okay. Sägeschlitten erhalten. Und was soll ich jetzt damit machen? Was soll ich jetzt damit machen? Items. Ich weiß. Sofortbewegung im tiefen Schnee. Wo soll Schnee sein? Okay. Wir sehen uns, wenn ich mich darüber mal informiert habe. Okay. Die Komplettlösung kann auch manchmal Fehler machen. Also. Ich bin von. Wo ist die Stadt Salamand? Hier. Die sagte, ich soll Nordwesten gehen. Weil Nordwesten gibt es nichts. Also sollte man Nordosten gehen. Habe ich gemacht. Dann kommt man hier zu diesem Gebiet hier. Wo man mit dem Schnee. Sägeschlitten darauf gehen kann. Also von Salamand einfach nach Westen gehen. Dann seid ihr auch da. Ähm ja. Jetzt müssen wir einfach mal rumfahren. Kannst du nicht schneller fahren oder was? Yeti. Okay. Die können mir sowieso nichts antun. Und wir warten. Ja okay. Schön für dich Josef. Ich soll einfach mal rumfahren. Irgendwann kommt eine Höhle. Wo ich reingehen kann. Richtig stumpf ist das jetzt gerade. Okay. Hallo Schneehöhle. Wo ist das Gebiet jetzt? Hast du da? Schneehöhle. Ghoul. Och. Männerschaden. Sag ich dir mal. Er hat auch mir null Schaden zu machen. Es hat keinen Sinn. Männerschaden. 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 Ach lecker. Cola. Ey das sieht aus. Ob ich das zerstören könnte. Was bist du denn? Granate. Ich mach einfach mal Beam. Feuer. Schutz. Und Blitz. Sieh mir mal. Vielleicht sterben jetzt alle. Aber die anderen sterben aber schon. Blitz. Egal. Jetzt werde ich mal ein bisschen geschützt. Und Feierstufe. Sechs. Grausame Attacke. Und Tod. Intelligenz von Joseph ist gestiegen. Traumat Gill. Totenschädel. Okay. Lass mich mal angreifen. Dann seid ihr viel schneller tot. Das ist eure Lösung. Dün-Dün-Dün-Dün-Dün-Dün-Dün. Dün-Dün-Dün-Dün. Da ist Truhe. Yay, HP von Joseph ist gestiegen Eissapfen Okay Och Das hast du sehr gut gemacht, Eissapfen Das ist doch eine Tür, oder nicht? Okay Maria ist bösartig und sehr stark Polarwind Schatten Ich mach einfach mal Beam, Angriff, Angriff Yes, Joseph Eigentlich mal ein Charakter, der unseren Charakteren anpasst Beamstufe Vielleicht sterbt jetzt beide Empfang das heilige Licht Okay, nur der Zombie Tot, Totoro Unsere IP sind 300 Wenigstens etwas Okay Aber wie kommen wir zu der anderen... Aber wie kommen wir zu der anderen Truhe? Okay. Ah, so. Kampfachs. Okay, gut. Antidot. Mitrekeule, okay. Oh. Beam, Feuer und Schutz und Blitz. Ach, naja, sehen wir mal. Okay, da habe ich jetzt momentan alle Schatzungen geöffnet. Ich sterbe alle. Aber nur einer von denen. Okay, da müsste ich noch ein bisschen leveln, damit ich einen Boss noch damit töten könnte. Ach ja, was ich vergessen habe zu erwähnen. Ich habe jetzt so viel LP, also Ferien, wie der... Es gibt insgesamt 26 Bosse im Spiel. Und ich habe LP wie der 25. Nein, der 24. Ja, Leute, ihr hört richtig. Ich habe so viel LP wie der 25. oder 24, 25. Der Boss. Okay. Den, 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 den. Ich will noch in diesem Park diese Höhle schaffen. Okay. Potion. Eisgrimoire. Dankeschön. Ach, Doppelkopf habe ich noch nicht gezeigt. Den gibt es ja auch noch. Egal, der ist jetzt tot. Ja, der ist tot. Okay. Tifa und Yosef, wir sind gestiegen. Mithril-Sperr. Haben wir dann auch erledigt. Bitte sei hier drin, was? Was? Wawa-Gawawa? Sag jetzt, du kannst ihn verstehen. Verstehe, seine Sprache. Ach, du Kacke, Mann. Wawa-Gawawa? Hä? Im rechten Wand, ein Geheingang. Man zerstützt Glocke. Glocke im Wand. Prüfen. Sonnenfeuer. Luftschiff. Zerstörer. Mithril. Wildrose. Okay. Gawawa-Gawawa. Gawawufu. Mufufu-Chufufu. Gawawufu. Okay, gehe ich noch nicht hin. Gawawawa. Okay, hier geht es weiter. Wo ist es da? Antikschwert. Antikschwert. Gibt es noch? Sehe ich mal. Okay. Warte mal. Antikschwert. Könnte das tragen? Antikschwert. Ein verfluchtes antike Schwert. Gebe ich ihn einfach mal. Ähm, Langschwert. Ach, ich gebe ihm das einfach mal. Sehen wir mal, wie viel er dann ist. Ähm, okay. Okay. Diese Räume, wo nix drin ist. Also von, ähm, Josef. Ach, die Biber erinnert mich an. Feindlich fantasy 1, wo es in diesem Turm auch welche gab. Ähm, wie hieß er nochmal? Nein, in diesem, äh, vier optionalen Dungeon. Ach, so viel schneiden muss ich. Okay. Dankeschön. Silberharnisch. Das ist der Boss. Ähm. Okay, dann haben wir das auch. Speichern wir das mal ab. Und kämpfen gegen diese riesige Grütte. Der Wächter der Golokka. Adamantai Mai. Seid auf der Hut. Okay. Angriff. Ich habe da eine Idee. Vielleicht funktioniert Beam. Ja, jetzt. Dann wäre es geil. Da hätte ich den Kampf schon locker gewonnen. Äh, seine Schwäche soll Eis sein. Ja, anscheinend schon. Berserker Stufe. Fünf. Und Beam. Ja, er ist sofort tot. Sage ich hier. Mit Beam kann man sofort die Bosse töten. etwas ist in der Felswand. Es ist Freias Glocke. Freias Glocke halten. Yay. Okay. Kann ich jetzt da durch? Okay. Das wird eine längere Folge werden. Borgender Hund. Dreck. Ihr habt euch also Freias Glocke geholt. Wegen euch niederem Gesinde bin ich beim Imperator in Ungnade gefallen. Diesen zweiten Lapsus wird der Imperator nicht mehr tolerieren. Zu Hause wartet der sicherer Tod auf mich. Doch vorher werdet ihr dafür büßen. Oh, der will... Ah, der will mit uns kämpfen. Beam. Berserker und du machst Feuer. Heilung Stufe 3. Wieso heilst du dich? Ich habe mir nicht einmal angegriffen. Stufe 2. Das funktioniert auch bei menschlichen Gegnern. Deswegen kann es sein, dass er jetzt auch tot ist. Nein. Aber jetzt. Er hat auch nicht so viel LP gehabt. Haben wir auch nichts anderes erwartet von so einem Schlaffi wie den da? Oh. Einfach mal links liegen lassen. Hey. Ich bin ohnehin mit dem Tode geweiht. Doch glaubt nach. Ja nicht. Dass ihr gewonnen hättet. Vorsorglich wie ich bin. Habe ich eine kleine Falle für euch angebracht. Betrachtet es als mein Geschenk an euch. So, wir werden uns bald wiedersehen. In der Helle. Stirb Bastard. Wenn ich es nicht geahnt hätte. Diese miese Ratte. Nein, Josef. Los, verschwindet. Du mitkomm. Meine Kräfte verlassen mich. Geht. Kein Sound. Viel Glück, Freunde. Verzeih mir, Nelly. Nelly Furtado. Und er starb. So würde es das Final Messenger sagen. Josef. Den sehe ich wieder in Renaissance-Modus wieder. Einfach mal nichts dazu sagen. Nein. Es geht.